Herzlich Willkommen zurück zu Yadakoku mit Samkiwikaza meine Wenigkeit so wir gehen machen weiter ich konnte ich mich entschuldigen für den letzten part wo ich am ende nicht mehr bewegen konnte anscheinend hat sich das einfach aus dem fenster getappt oh nein ist die Viecher ich kotze jetzt schon das problem ist diesmal kommt ein luftgegner das problem ist mein feuer die ist Level 13 Uhr es bringt mich jetzt in Schwulitäten etwas das ist doch 70 ich leck mich im Arsch der Typ bänkt mich einfach so ey das ist echt uncool alter das ist echt uncool was du da fabrizierst dafür zeugt der normalangriffen scheiß das sieht natürlich bei mir anders aus scheiße ist der Pisserschwein ey für seinen körper das ist noch mehr neuer ich kotze im Dreieck ja da habe ich leider damit beziehungsweise habe ich nicht aufgebaut dass er mir jetzt mehr hiervon nutzen wäre das gibt es doch nicht so so ich gehe mal P abziehen präzisen es ist einfach nicht dein Ernst Alter das zockt mal gar nix das zockt mal gar nix und ich krieg auch kaum Leben dazu Alter was ist das für ein Bullshit Alter Schwede was ist denn das für eine Untermenschenscheiße was ist denn das für eine Untermenschenscheiße ich will nicht sagen dass ich ein Problem jetzt habe aber das ist echt nicht gut alter was zummelt sich dort oben rum da ist ja irgendwas mit Flügeln oh ne Biberfresse geil oh die schwille ich alter So, dann haben wir mal den hier. Au, das hat weh. Alter, hat der eine Hauptwehr leck mich. Na gut, ich bin nur scheiße schwach. Musste mal der Verteidigung auch gestehen. Ich bin nur scheiße schwach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Geil, Level 15 So, jetzt habt ihr die geile Biberfresser Oh, das sind mehrere Biberfressen Ist echt ein bisschen uncool gerade Ach du Scheiße Na gut, die kann ich eigentlich locker wegkrotzen Das sind ja Erde Alter, Scheiße Das sind ja also nicht über Luft mit Wenn nicht mal ein Schwaches Alter Schweden Versteinernd Okay, du bist schon ekliger Ich merke schon Du willst auf die Tour Level 16 Gefällt mir Highlight, magisch Das ist jetzt echt das Problem Ich muss das Feuer auf ihn bitte trainieren Das ist echt mit der Scheiße Gerade im Moment Jetzt zeigen wir hier raus Greift der mich an? Der greift mich an Oh, gleich zwei Das ist entweder uncool Ich stürbe, dass sie gegen Magie Mehr Abwehr Helden haben Wenn du Abwehr machst So, einen Angriff kann man da machen Ich schaffst du das ist viel Ich schaffst du das ist viel So, jetzt habe ich ein Problem Das sagt es Sechzehn Ah, gut, der hat Abwehr gemacht Trotzdem nicht so viel Das ist schon ein bisschen scheiße Das ist jetzt ein Moment Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nice. So. Schimpel ist sexy. Hätte dann hohen Kraft und keine Präzision mehr. Aber fast 400 Leben, zwei Angriff plus, zwei Verteidigung plus, Magieangriff drauf geschissen, den nutze ich eh kaum. Einer Magieabwehr plus, aber da wird es wie langsamer. Das ist echt böse, aber die anderen Werte mache ich. Hohenangriff und dann noch plus Kraft. Alter, wenn die trifft, dann trifft die richtig. Würde ich jetzt mal gekonnt sagen. Und ja, ich habe gesehen, dass Magie weniger geworden ist bei mir zum 6. Aber drauf geschissen. Zum Beispiel hier habe ich auch noch ein Grün. Wie sieht das denn aus? Aber der wird einen Boost kriegen, ey. Halt's mal. Plus 7 plus 6. Und wenn ich es andersrum mache. Erstehender dann den anderen. Da würde der Magieabwehr sinken, aber der hat so viel. Alter, das wäre ein... Alter, das ist ein Vieh. Ein lecklicher Marsch. Einen Angriff plus, Einen Verteidigung plus. Aber 3... Und der Rest würde so bleiben. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Da werde ich mich hinsetzen müssen und trainieren, ne? Freunde. Ich brauche das. Ich brauche das. Ich brauche meinen Feuerinsekt gegen den Typen. Lass ihn. Sonst wird das nichts. Ich kann zwar in dem Kampf alle nutzen, weil ich keine Schwäche irgendwie mit habe, weil die Schwäche da war. Nee, die Schwäche da war. Das ist ja Erde. Und die habe ich eigentlich mit. Aber trotzdem. Wäre es trotzdem gut, wenn ich Feuer mit hätte. Also... Mein Feuer Kreatur stärker wäre als jetzt. Also hier ist das Trainieren. Bis auf mindestens Level 16. 16, 17. Also noch 3 Level. Geil. Aber okay. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Macht Ihnen was sinnvolles. Bis zum nächsten Mal bei... Jede Kuckun mit seinem Kippe Katze. Meine Ewigkeit. Und in dem Sinne... Macht irgendwas sinnvolles. Yay. Ich bin auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall.